Musik Das werden Sie einfach die Hände nach oben, die Hände nach oben und schreien! Musik Über 2000 Partybegeisterte zog es am Sonnabend zur siebten Osterparty in der Kloppenburger Münsterlandhalle. Für Musik sorgte an diesem Abend unter anderem Christian Liedmann vom Hot Sound DJ Team. Dank seiner Erfahrung weiß der DJ genau, wie er die richtige Musik für sein Publikum findet. Ein bisschen was von allem, erstmal zum Antesten, aber man merkt auch ganz schnell, wo die Leute hinwollen, sei es Richtung Charts, Richtung Black und so weiter. Wir haben ja zwei Bereiche heute Abend, einmal den Clubbereich, wo ein bisschen Haus, ein bisschen Black läuft und einmal den Partybereich, wo unter anderem die Band Holy Moly spielt. Es kommen aber auch sehr viele Leute von außerhalb her, muss man ganz klar so sagen. Also es sind nicht wirklich viele Kloppenburger da, sondern die Leute kommen wirklich von über die Landkreisgrenze, sage ich mal hinaus, aus dem Emsland, aus Vechta, hinten aus dem Landkreis Leertal teilweise sogar. Also das ist schon irgendwie eine angesagte Party hier. Die nächste große Ein-Leut-Party findet am 23. Dezember in der Münsterlandhalle statt. Wir hören uns beim Molyatten, wo die Zukunfts und Gra Affleckеров hierherично sind. Kimanncuom. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017